Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. So wie ich das sehe, ist es ein grober Irrtum, wenn man glaubt, Psychologie wäre das sozusagen geeignete Studienfach, um sich selbst kennenzulernen, weil man nämlich allenfalls kollektiv Psychologie vermittelt bekommt, damit man beispielsweise in Unternehmen als Personaler gut funktionierende harmonische Arbeitsgruppen zusammenstellen kann oder Zielgruppen am Markt bestimmen kann, um sie schließlich Marketingtechnik zu erreichen. Tatsächlich kann kein Lehrbuch Psychologie oder besser gesagt die Lehre von der Seele wirklich lehren, weil man sie nämlich nur selbst durch praktische Erfahrung lernt. Erst durch praktische Erfahrung aller Acht wird man zu einem Kenner der menschlichen Seele und erkennt, dass die sozusagen innere Wahrheit als Wirklichkeit der Seele so etwas wie ein rationaler Halbkreis ist, über dem ein weiterer nicht rationaler Halbkreis steht. Nicht von ungefähr ist und bleibt die Psychologie wie im Übrigen auch die Physik unter anderem ein Kind der Philosophie, die nämlich alle Fragen behandelt, die Philosophie, die noch nicht in eigene Wissenschaften ausgewandert sind und wo dann beispielsweise Psychologie und Physik nicht mehr weiterkommen, da wendet man sich dann wieder vertrauensvoll an die Philosophie, respektive an die Mutti mit dem Namen Sophia. Jedenfalls war noch vor nicht allzu langer Zeit die an den Universitäten gelehrte Psychologie, entweder Philosophie oder aber die sogenannte experimentelle Psychologie, die seinerzeit auch noch eher belächelt wurde. Nun ist es wichtig zu verstehen, dass absolutes Wissen ein unerreichbares Ideal ist, weil es nicht zuletzt psychisches Material gibt, das den Schwellenwert des Bewusstseins niemals erreicht und stets im, wie man sagen könnte, Nebel des Unbewussten verbleibt. Und ein guter Philosoph kann allenfalls Primitives und Natürliches zur abstrakten Idee erheben, wobei die eigentliche Botschaft aber oft nur zwischen den Zeilen wahrgenommen werden kann. Und die Ursache dafür, dass Philosophen so oft nicht verstanden werden, ja, eine Berufskrankheit, ja, jedenfalls ist eben, liegt die Ursache darin, dass der eigene Erfahrungshorizont beschränkt ist. Um es auf den Punkt zu bringen, der chinesischen Gnosis zufolge ist klug, wer andere kennt und Weise ist, wer sich selbst kennt. Und Weisheit ist nicht gleichbedeutend mit Wissenschaft im Sinne exakter Forschung und organisatorischer Einheit des Wissens. Es geht um die Aneignung von Gedanken, sodass sie dadurch den Menschen, der sie denkt, verwandeln. Und weiterhin, ganz wichtig, geht es auch darum, gemäß seinen Glaubenssätzen zu handeln, um so nämlich seinen Anteil an der allgemeinen Menschheitsaufgabe in der Gestaltung der Kultur zu leisten. Und überhaupt ist viel Wissen ein großes Hindernis, um wirklich Philosoph zu sein, weil der Weise nicht gelehrt und der Gelehrte nicht weise ist. Man braucht also meines Erachtens nicht unbedingt Philosophie zu studieren, ja, an einer Universität, wo einem solche sozusagen Hindernisse wie Metaphysik, Ontologie, Logik oder Ethik begegnen. Ja, worauf es ankommt, das ist Hören nach innen und Sensibilität nach außen, Mut zu sich selbst und vor allem Wahrhaftigkeit gegenüber sich selbst. In diesem Sinne, wie sind eure Gedanken zu dem Ganzen? Schreibt jetzt gerne einen Kommentar unter dieses Video. Einstweilen, wenn ihr noch mehr Videos von mir sehen und ihr meine Arbeit hier auf YouTube unterstützen möchtet, dann abonniert jetzt diesen YouTube-Kanal. Das hilft mir wirklich sehr weiter, auch noch viel mehr Videos für euch zu machen. Und was bleibt noch zu sagen, gebt diesem Video sehr gerne einen Daumen nach oben. Ja, das hilft mir ebenfalls sehr weiter und wir sehen uns sehr gerne im nächsten Video wieder. Euch alles erdenklich Gute, habt eine tolle Zeit, auf bald! Bis dann! Bis zum nächsten Mal.